Hallo und Servus aus Tirol und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute geht es um ein recht spezielles Thema, nämlich um strupfiedrige Hühner. Wer das Happy Huhn Buch schon gelesen hat, weiß, dass sich den Strupphühnern ja immer eher skeptisch gegenüberstand. Ich habe zwar im Buch die strupfiedrigen Chabos in Bergrau abgebildet, schreibe aber auch an anderer Stelle, dass es für die Hühner keinen Vorteil bringt, ein strupfiges Gefieder zu haben. Und dass sich deswegen die Frage stellt, was die Hühner eigentlich davon haben. Vor kurzem konnte ich mich davon überzeugen, dass auch Strupphühner Happy Hühner sein können, denn ich war zu Besuch bei der Familie Mitternöckler in Kufstein. Und ja, dort laufen einige Strupphühner rum und ich würde sagen, schaut euch die Folge einfach an und macht euch selber ein Bild von den lustigen Strupphühnern. Darf ich vorstellen, Frau Strupphuhn sagt Hallo. Das Strupphuhn gibt es offiziell auch als Rasse und hier haben wir ein gelbes Zwergstrupphuhn. Das Gefieder ist wie für Strupphühner üblich recht zerzaust, aber irgendwie scheint auch ein System dahinter zu stecken. An manchen Zonen wirkt es sogar fast normal. Auch andere strupfiedrige Rassen haben einen recht gleichmäßigen Gefiederaufbau trotz Strupfiedrigkeit. Aber was ist das Ganze denn jetzt eigentlich genau? Fragen wir mal die Züchterin. Also eigentlich ist es ein Gendefekt. Die Federn wachsen da in die verkehrte Richtung. Also die stülpen sich eigentlich nach oben. Wir haben es bei der Strupfiedrigkeit also mit einer Mutation zu tun, und zwar einer Dominanten, die dominant gegenüber der Normalfiedrigkeit bzw. Glattfiedrigkeit ist. Strupp- oder auch Lockenhühner kennt man schon seit vielen Jahrhunderten, wahrscheinlich kamen sie aus Asien nach Europa, denn in den asiatischen Ländern findet man Strupfiedrigkeit bei vielerlei Rassen. Im Englischen kennt man Strupphühner auch als Frizzle, recht passend. Hier seht ihr jetzt Baduanaküken, und man kann gleich sehen, welche Strupfiedrig sind und welche Glattfiedrig. Baduaner sind eine typische Rasse, die in beiden Varianten häufig gezüchtet wird. Anhand der Baduanaküken erklärt uns Thomas jetzt auch ein paar züchterische Kniffs, die es zu beherzigen gilt. Du hast jetzt da zwei Zwerg-Baduaner-Pippehl. Wie alt sind die jetzt? Die sind jetzt zweieinhalb Wochen alt. Man kennt jetzt schon ziemlich gut, was glatt wird und was gestrubbt wird. Und das ist halt, als wenn man züchten möchte, oder wenn man jetzt sagt, ich möchte unbedingt Nachwuchs, ist ganz wichtig zum Aufpassen, dass nie einen gestrubbten Gockel und nur gestrubbte Hähne, weil dann kriegen Sie eine Überstruppung. Das schaukt dann also, wenn es ganz fettige Federn hätte. Und die gehen dann nie auf, die Federn. Und die sind halt weder gegen Wind noch Wasser, noch Köpfen geschützt. Okay, das wäre dann fast eine Qualzuchtkommissar, oder? Ja, das bringt nichts. Also ein gewissenhafter Züchter braucht auch eine glattfiedrig in seinem Stall. Genau, das ist ganz wichtig. Das ist ein super Tipp. Danke, und das sind jetzt die, das wären quasi jetzt goldschwarz gesäumte, gell? Ja. Total hitzig, jetzt haben sie gerade das Mischgeschieder. Ich finde es so toll, dass sie auch viele von dem U so zutraulich sind. Ich gebe sich natürlich auch viel damit ab. Ja, im Endeffekt reden wir ab Tag 10 mit den Eiern. Ja, also dass sie die Stimmschuhe durch die Eier schalten können, gell? Dann sind sie ja mit der Glucke eigentlich auch bei der Naturkarte. Das ist hitzig. Küken sind natürlich immer goldig zu beobachten. Und das helle hier sieht ja auch sehr interessant aus. Wer mal gespannt, wie das erwachsen aussieht. Ja, jetzt wissen wir mal, warum in der Truppe glattfiedrige und struppfiedrige gemischt rumlaufen. Schon der jüngste Spross der Familie hat gelernt, Verantwortung gegenüber den Tieren zu übernehmen und kümmert sich begeistert um die Küken-Schar, wie ihr sehen könnt. Sind die ja so zutraulich, ha? Rissen die aus der Hand? Ja. Sie ist ja total lieb. Die ältere Schwester serviert dabei den großen etwas schmackhaftes Rührei mit Haferflocken und ein bisschen Brennnesseln. Das tut den Hühnern immer recht gut, vor allem weil die Goldschwarzgesäumte auch gerade in der Mauser ist und dabei ist ihr Gefieder zu erneuern. Das ist jetzt auch eine gute Gelegenheit, um sich bei den erwachsenen Tieren den Unterschied zwischen glattfiedrig und struppfiedrig anzuschauen. Die schwarze Paduanahenne in der Mitte ist normal bzw. glattfiedrig und sie wirkt auch deutlich kleiner dadurch, eben weil die Federn viel enger ansitzen. Struppiedrige Hühner sind natürlich vor allem Hingucker, also Zierrassen, aber wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Nutzeigenschaften aus? Wir gelten eng so mit der Legeleistung bei den Strupphühnern, weil ich sage jetzt mal so, man haltet sich der ja eher als Zierrasse, aber würdest du sie jetzt auch von der Legeleistung her empfehlen? Also ich sage mal, für einen normalen Haushalt reicht es ganz leicht. Näher ist es im Sommer so, dass wir die ganze Familie versogen, Mama, Tanten, weil im Normalfall sind es im Sommer so vier bis fünf Eier. Ja, von wie vielen Händen circa? Fünfe. Ja, das ist schon gut. Also von dem her. Bisher waren ja hauptsächlich die struppfiedrigen Paduaner zu sehen, schauen wir uns darum jetzt nochmal ein paar andere struppfiedrige Hühnerrassen näher an. Das hier sind gelbe Zwergstrupphühner und die Zwergstrupphühner gelten aktuell als eher junge Rasse. Tatsächlich gibt es zwergige Hühner mit Struppgefieder, aber schon sehr lange, sie wurden nur in Europa wieder neu erzüchtet, weil die Tiere, die einst aus Asien importiert wurden, wieder ausstarben. Bei den asiatischen Rassen ist die Struppfiedrigkeit recht gut verankert, so findet man sie zum Beispiel auch bei den japanischen Chabos regelmäßig. Diese berlgrau-weiß getupften Chabos waren schon einmal in einer Folge von Happy Huhn zu sehen und der Züchter hält sie ebenfalls gemischt mit glattfiedrigen Tieren. Bei den Chabos gibt es überhaupt so allerlei Mutationen, was das Gefieder anbelangt, so gäbe es zum Beispiel auch seidenfiedrige Chabos, die ich persönlich jetzt aber noch nie in real gesehen habe. Für alle, die die Chabos-Folge damals verpasst haben, das war übrigens Folge 46 von Happy Huhn, da trefft ihr genau diese Tiere wieder. Ja, jetzt schauen wir uns noch ein paar Kreuzungen an, denn die Struppfiedrigkeit vererbt sich ja dominant und so können euch immer wieder Strupphühner begegnen, die ihr nicht auf den ersten Blick einordnen könnt. Kaum zu glauben, dass hier etwa eine Appenzeller Spitzhauben in der Ahnenliste mit drinnen steckt. Diese Tiere habe ich in einem Zoo mal filmen können, wo einer der Tierpfleger wohl ziemlich experimentierfreudig war. Bei einem anderen Tier sieht man dann sogar noch die Tupfung der Appenzeller. Auch in dieser Zuchtanlage des österreichischen Züchters Manfred Pfeifenberger verbergen sich genetisch sehr interessante Strupphühner, nämlich Kreuzungen aus struppfiedrigen Cerama, die als kleinste Hühner der Welt gelten, mit sogenannten Showgirls. Showgirls, das sind nackthalsige Seidenhühner. Wie ihr anhand der beiden struppfiedrigen Hühner gut sehen könnt, haben sich hier jetzt viele Sondermerkmale miteinander kombiniert, befiederte Läufe, nackte Hälse, Struppfiedrigkeit und Mehrzähigkeit. Auch ein interessanter Hahn der hier, der kam durch eine Kreuzung der japanischen Langschwanzrasse Onagatori mit struppfiedrigen Chabos zustande. Ihr seht, struppfiedrige Hühner können viele Gesichter haben. Nun aber nochmal zurück zu den Paduanern, in glattfiedrig waren die nämlich schon mal Thema bei Happy Huhn. Gemeinsam mit der Stefanie habe ich sie euch vorgestellt und ich danke euch auch nochmal für die vielen tollen Rückmeldungen für diese Folge damals. Allen, die durch diese Struppfolge jetzt neugierig auf das Paduanerhuhn geworden sind, möchte ich darum nur aufs Wärmste empfehlen, schaut euch doch mal Folge 74 von Happy Huhn an. Was hier so schön gluckig gackert, ist meine Henne Traudi, die schwelgt momentan im Mutterglück und sie gibt euch schon eine kleine Vorschau auf die nächste Folge von Happy Huhn, die zum Thema haben wird, der Hühnergarten im Mai. In der Mai-Folge des Hühnergartens seht ihr dann alle von Traudis Küken und natürlich gibt es auch wieder zahlreiche Pflanzen- und Gartentipps rund um das Gärtnern mit dem Federvieh. Ja und das hier ist mein Lieblingsküken, ein Steinbipperl, das meine Nachbarskinder auf den Namen Robin gedauft haben. Auch dieses Mal gibt es natürlich wieder ein Outtick und zwar habe ich die Anmoderation ganz schön versemmelt, es wollte einfach nicht klappen. Hallo und Servus, nein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute bin ich bei der Familie Mitternöckler. Das stimmt, oder? Ja, das stimmt. So weit bin ich schon mal, gut. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute bin ich in meiner Tiroler Heimat im Kufsteiner Land bei der Familie Mitternöckler zu Gast und die Mitternöckler sind totale Fans von Struckhühnern. Danke, dass ich da sein darf, total lässig und ihr habt hier schon ein paar richtige Prachtstücke auf dem Arm. Ich möchte mal so vorstellen, das ist eine glattfittige gewesen.